Der erste Tote Schmett ist, nachdem wir fünf Rechner ausprobiert haben und verschiedene Kombinationen haben es tatsächlich im Endeffekt mit tausend Kompromissen hinbekommen, Revolts zu spielen. Ja, ich bin zwischendurch fast fünfmal eingeschlafen, weil hier nichts mehr passierte, wieder so ein N64 Titel, den wir auf dem PC gezockt haben und das gab es auf dem N64, ich schnapp mir das Laptop, weil sonst liebe es nämlich nicht, ich darf auf dem großen Plasma Fernseher spielen, wo Autos dann so groß sind wie im echten Leben, da sitzen wir hier auch so komisch, du drückst jetzt Tab, wir haben auch Rhythm and Silent wieder gesagt, Hitman Silent, I kill you, synchronizing, du ziehst mich jetzt ab, du hast das gezockt wie blöd oder was? Alter, ich zock you af, ja endlich mal spiel was ich kann, ja cool, bin ich mal gespannt, Tolls in the Hood, Tolls in the Hood, mein Laptop ist im Arsch, Revolts ist, ne auf dem Schoß, bei Revolts fährt man ferngesteuerte Autos, schön, dass er bei mir gerade noch rechtzeitig geladen hat, und es geht voll ab hier, ich krieg dich, wir haben hier leider jetzt nur das Bild von Mattes, weil, wie gesagt, fünf verschiedene Rechner, gut, es war nicht fünf, es waren nur drei, bei dem einen hat das Netzwerk nicht funktioniert, bei dem anderen hat sich die Grafikkarte verreckt, bei dem Spiel zumindest, ich gehe voll ab, ja Mattes geht voll ab, ich hab meinen Gegenstand geschnappt, kriegste Wasserballons in die Ohren, aua, aua, das tut doch weh, der ist gemein, dieser Blitz, weh, das geht ab, jetzt rutscht mir da oben dieses Dingel, nein, hol ich mir jetzt, nein, das hätte fast funktioniert, scheiße, mal hab ich zurücksetzen hingemachen, I have it on end, also end, you have it on end, I have it on the end, hooray, und ab durch den Tunnel hier, aah, no, ja, ich seh dich, ja, ich will dir den Tod, nein, man, shit, ja, you got it, I'm not, ich explodiere, wie, was aber gemein, ich explodiere, wir nehmen dir meine Abkürzung, ja, ich folge dir mal unauffällig, ach scheiße, ich hab auch den Gegenstand nicht bekommen, den auch nicht, es hat so ein bisschen was von Mario Kart, mit den Items, die man einsammeln kann, ja, so viel zum Thema Realismus vor, ja, aber das Fahrverhalten ist schon ansprechend, das ist nicht so easy, ich fahre wieder unter dem BMW weg, her, und das Spiel ist abgestützt, hurraa, ja, man, das ist geil, oder was, das ist ja blöd, ich gewinne ja immer, ja, wir sehen uns dann gleich nochmal wieder, wir probieren es nochmal aus, so, Versuch Nummer 85, ja, man, du bist total motiviert, ja, weil das funktioniert ja nicht, ja, was soll ich tun, weiß ich nicht, zaubern sie, ich probier es, ich hoffe, meine Lätschern genug, oh mein Gott, oh, ich fahre blind, färblich? Mann, ist das ein Scheißspiel, ey, die gehen halt nicht davon aus, dass, äh, fünf Rechnergenerationen zwischen den beiden PCs liegen, Mann, ist das rutschig hier, ich werde sehr verbunden, wenn du, das ist Buggy Revolve Video, wenn du mir ein paar Sekunden gibst, ich verfolge dich jetzt, wenn du nicht, die fahre ich zum Supermarkt, du bist 280 Meter weit weg, dann gewinnt es, der nicht, ich hab dich gerade gesehen, aber bei mir sind immer noch 270 Meter, What the hell? Oh, Scheiß, Ölfütze da, Mann, ist das Spiel scheiße, ich hab's schon überholt, jetzt nicht mehr, wieso ist das Spiel scheiße, weil es in Multiplayer nicht funktioniert, zumindest nicht auf modernen PCs, sind es nicht bei uns, ach, komm mal nicht mal hier hoch, Mann, ach so, ich hab Vorsprung von Mattis, warum hab ich Vorsprung? Ja, du vormittest, ich will mal vor, eigentlich ist es ja ganz witzig, es gibt doch nur Battle-Modus, come on, boah, der Fies of Shit, ich bin nicht in der Kasse dran, was ein Dress, und das ist in der letzten Runde, ich hab gewonnen, ja, nächstes Level, nächste Schrecke musst du anlegen, Supermarket 2, weiter spielen, ach so, ich drück auf Pause, irgendwie nicht, oh mein Gott, okay, Leute, Revolt ist toll, gewinnt, hat noch voll Spaß gemacht, hat noch so bange geworden, aber ich fürchte, wir müssen hier abbrechen, sonst, äh, haut er hier noch das Interieur kaputt, beiß in meine erste Tastatur, ist die nicht schön, willst du nicht, vergess die Welt, so fast auseinander, Leute, haut rein, die Mucke ist viel zu Goa, was sagen wir dazu, ich fehle die Worte, zu zu zu